Heute wird mal wieder ein bisschen gerätselt auf der Oculus Quest mit Skybinder. Ich begrüße euch auf meinem Kanal, ihr schaut vor ihr arbeit, ich bin's Herr Sascha und heute schaue ich für euch in Skybinder. Das ist ein Rätselspiel, welches ihr im Oculus Quest App Lab Store findet für 14,99 Euro. Im virtuellen Raum warten gleich ganz viele Zahlen auf mich, die ich miteinander verbinden muss. Daraus entstehen dann Figuren und dann habe ich das Rätsel gelöst. Es sind einige Rätsel in dieser App vorhanden, ich bin echt gespannt, wie sich das spielt, wie das ausschaut und ob die App dem Preis gerechtfertigt ist. Und bevor ich das mache, möchte ich euch wie immer ganz kurz an dieser Stelle daran erinnern, meinen Kanal zu abonnieren. Und ihr bekommt immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Und jetzt schauen wir uns mal Skybinder an. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Blub! Ja, ich bin ein Skybinder und ihr hört schon, ne? Blub! Okay. Wow. Das nennt man ja mal ein bisschen auf die Kacke hauen, ne? Für ein App Lab Spiel, okay? Ja, ein Stand war schon ganz cool, ne? So, was ist das? Make a line. Put one hand inside a great dot. Hold the trigger button and connect the dots. Okay, das hat so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ähm, Go-Niveau, ne? Diese Controller, irgendwie knuffig. Es ist hier alles so ein bisschen neblig, muss ich ganz ehrlich gestehen. In schwarz-weiß. Sehr deprimierend. Ich komme mir vor, als wäre ich gerade gestorben oder so. Aber okay. Dann schauen wir uns das mal an. Okay, so, put one hand inside a great dot. Okay, dann wird's groß. Ja, der Controller vibriert auch ganz, ganz leicht. Trigger-Button gehalten. Und jetzt, ah, jetzt können wir eine Linie machen. Guck mal, die können wir sogar hier so drehen, wenn wir möchten. Und gehen dann da hin. Und dann loslassen. Jawoll! Dann vibrieren die Controller. Hier leuchtet was. Put one hand inside the line. Then press one of the flashing thump buttons. Ah, ich kann das hier bewegen. Also, Grifftaste festhalten. Arm nach vorne. Dann nach hinten ziehen. Und ich kann das ganze Rätsel hier bewegen. So, wenn ich beide mache, das geht auch, ne? Aber mit einer geht's irgendwie. Ne, es geht mit beiden. Alles gut. So. Ja, dann könnt ihr wieder das ganze hier verbinden. Blum, blum. So, move the dots closer to each other. Spread both arms like wings. Hold both grip buttons and bring your hands together. Also, wir machen jetzt hier den Vogel. Und. Ah, die. Also, ich kann es nicht variieren. Dann kann ich es schieben. Also, ich muss beide Grifftasten drücken. Und dann, wie so ein Vogel, ne? Dann kann ich die zusammenziehen. Okay. So, ich hoffe aber, dass dieser Nebel nachher hier aufhört. Das ist echt ein bisschen deprimierend, ne? So, make a triangle. Connect each dot to complete a triangle. Wo sind denn die alle? Eins, zwei, ach so. Okay, jetzt kann ich das Ganze zusammenziehen, seht ihr? Ich kann es aber auch wegschieben. Okay. Kann man es auch drehen? Ja, drehen kann man es auch. Guckt mal. Okay, jetzt machen wir ein Dreieck. Zack. Ah, jetzt haben wir eine Form gemacht. Habt ihr gesehen, haben sich die Zahlen geändert, ne? Aus der Zwei wurde eine Eins. Make two triangles. It doesn't matter how you get there, but there is only one correct solution. Also, es gibt nur eine Lösung. Da ist eine Drei. Warum, weiß ich nicht. Wir machen das einfach mal. Eins. Zwei. Ach so, ich darf dann nur so oft, wie da die Zahl ist. Das heißt, jetzt darf ich hier noch einmal und da auch. Also, eine Linie ziehen. Und da dürfen wir zweimal connecten. Jetzt haben wir es verstanden. Okay. So, complete the creation. Spin the dots by holding both grip buttons and moving your hands. Das haben wir gerade schon gemacht. Also, ich kann mir das hier bis ins Gesicht, die drei. So, und jetzt? So, jetzt können wir das alles verbinden hier. So, da darf ich noch zweimal. Da auch. So, jetzt darf ich alles noch einmal. Was ist das? Eine Null. Okay, aber ich kann es jetzt drehen. Ah, guckt mal. Kleiner, größer machen. Ich kann auch drunter gucken, wenn ich möchte. Und jetzt können wir natürlich, kann man das auch so drehen? Also, so? Nee, ne? Nee, das geht nicht. Okay. So. Jetzt haben wir sogar eine dreidimensionale Form gemacht, die jetzt weg ist. So. Dots show how many lines must connect to them. Ja, das habe ich gerade schon verstanden. Also, da muss ich jetzt viermal, dreimal. Also, ach nee, Trigger. So, zack, zack, zack. So, der darf noch zweimal. Also, eins, zwei. So, der darf auch noch zweimal. So, und einen dürfen wir noch. Und da machen wir natürlich den runter. Keep filling in triangles until your creation is completed. Okay. Zack. Auch das in 3D. Das sieht cool aus. Also, es steuert sich richtig gut. Lines that make a field in triangles are correct and locked. Okay. 4, 3, 5, 5. Jetzt wird es langsam ein bisschen kompliziert, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Also, kann der ja nur jeden, ne? Wir haben ja 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, der kann auch nur zu jedem. Okay, es kommt immer so Musik dabei, ne? Das ist schon ganz cool gemacht. So, der geht auch nur ein. Also, machen wir den noch da. So, die sind jetzt gelockt. Jetzt ist die Zahl hier weg. Seht ihr? Also, ich könnte den. Kann ich mal wieder wegnehmen? Ne, okay. So. Zack. So, ich weiß jetzt ungefähr, was gleich auf mich zukommt. Wenn die Rätsel beginnen. Oder ist das schon das Spiel hier? Guckt euch das mal an. Delete a line by clicking either the line or it's dots as long as it's not locked into a triangle. Okay. Ich soll jetzt irgendwie eine Linie kaputt machen. Okay. So, 1. Wie macht man es weg? Ich habe nicht verstanden, wie man es wegmacht. Nein. Ah, mit A. Einfach A drücken. Hier, so. Und dann A drücken. Dann ist die Linie wieder weg. Okay. So, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5. Das ist aber jetzt hier. So, ich soll jetzt irgendwie Dreiecke machen, ne? Machen wir. So. Zack. Zack. Ist das richtig? So, wieder ein Dreieck. 0, 0. Also ich muss immer Dreiecke kreieren. Sehe ich das richtig? So, den nach da. Wir drehen das Ganze mal. Boah, Leute. Das ist ja schon fast Mathematik, das Ding. Ne. Trigger. So. Ist doch fertig. Nicht? Ich habe es doch fertig, oder nicht? Was fehlt denn? Äh. Das geht nicht. Ich komme nicht weiter, Leute. Okay. Okay, 1. Das ist doch ein Dreieck, oder nicht? Oder was soll ich machen? Ach nee, dann mache ich den jetzt auch mal hier. Ne, das geht ja nicht. Mach mal den hier weg. Geht nicht? Ach, Entschuldigung. Okay. Die kann ich jetzt nicht wegmachen? Warum nicht? Okay, verstehe ich nicht. Jetzt habe ich das selber nochmal gebaut. Also, die kann ich nicht mehr wegmachen. Warum nicht? Die sind irgendwie gelockt, oder was? Also, if you want to draw a line to a dot that says zero, you might have to delete a different line first. Ja, kann ich nicht. Ich kann hier nichts mehr wegmachen. Ich weiß doch nicht, wo ich hinziehen soll, jetzt. Das haben wir doch alles schon gemacht. Oder pass mal, ich mache jetzt mal den unteren hier, ne? So, habe ich es jetzt fertig? Ach nee, und jetzt von oben. Ah. Jetzt habe ich es. Also, es muss immer geschlossen sein. Okay. So, jetzt passiert nichts mehr. Habe ich gewonnen? Spiel vorbei. Ich habe es geschafft. Nein, jetzt bin ich im Menü. Okay, das war das Tutorial. So, hier sind ganz viele Blasen. Da ist aber nichts drin. Ich nehme an, das sind später Rätsel. Dann ziehen wir mal durch. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Zwanzig Rätsel. Ich stehe mitten in der Luft. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen schöner aus, ne? Ein bisschen, ja, wirklich nicht heller, aber nicht mehr so deprimiert. Ich fühle mich nicht mehr tot. Das ist einfach mal so. Gut. Dann schauen wir mal, was das Ding so kann. Oh, jetzt bin ich auf der Wiese. Ey. So, jetzt muss ich hier raus was bauen. Okay, wir haben hier eine Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also das kann ich schon mal abhaken. Also ich gehe mit. Okay, ich habe so einen Raster unter mir. Also ich kann es sehr klein machen. Ich kann es auch sehr groß machen. Also das ist schon mal ganz cool. Das geht ganz gut von der Hand. Ja. So, wir haben hier eine Drei. Das kann ich ja theoretisch überall hinziehen, ne? Okay, wir probieren es mal. Eins. Zwei. Ich weiß gar nicht, was es werden soll. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, was ich hier baue. Wir machen erst mal hier so ein, ja so ein Grund rein, würde ich sagen. So. So, da haben wir ein Dreieck, ne? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und noch ein Dreieck. So, und daraus müssen wir jetzt auch ein Dreieck bauen. Ist doch ein Dreieck hier oder nicht? Okay. Das sind doch hier Dreiecke. Oder wie habe ich es? Egal. Ach, das geht nicht. Okay. Das zählt da. Das zählt da auch. Das zählt da auch. Ja, und jetzt? Ich drehe das mal. Aber das sind doch hier Dreiecke. Oder habe ich das falsch? Das ist kein Dreieck, ne? Das ist falsch. Also das kriege ich jetzt schon nicht. Das ist ja schwer, Leute. Ja, guck einfach mal an, was ich alles wegmachen kann, ne? So, was ich wegmachen kann, ist falsch. Oder wie habe ich es? Okay. Oh. So, was kann man denn da jetzt noch machen? Den langen, der, der bringt nichts mehr, oder? Das ist ja hier schon verbunden. Oder den. Ne, das haben wir ja schon. Okay, eins. Okay, jetzt ist es geschlossen. Und jetzt kann ich es auch nicht wegmachen, weil jetzt ist es richtig. Okay. Ne. Wieso ist denn das Raster, also das Raster ist zwischendurch weg, ne? Seht ihr das? Das ist jetzt verschwunden. Und sobald ich das hier bewege, ist das Raster wieder da auf dem Fußboden, ne? Okay. Ne. So. Habe ich es fertig? Nein, ich habe da noch eine Eins. Guck mal. Aber ich kann es richtig großziehen. Es ist ein Vogel, ne? So ein Ormigani-Vogel. Oder wie heißt das? Ormigani? Ne. So. Okay, es ist wirklich so ein Vögelchen. Es gibt ein Feuerwerk. Yeah. Kann ich das nehmen? Was passiert denn jetzt? Okay. Ist es weg? Ist das jetzt schon das Nächste? Okay, das soll auch wieder eine Figur geben. Okay, den machen wir noch, Leute, würde ich sagen. Weil ich möchte euch hier echt nicht zu viel spoilern. Ich merke das schon wieder. Und wenn man zu viel spoilert, dann ist es blöd, ne? Ihr sollt das ja auch noch selber kaufen. Und selber spielen. So. Ein, zwei, drei. Das sind mehr wie sieben. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier wieder bauen soll. Ich fange einfach mal an. Und dann gucken wir doch einfach mal, ob das Dreieck so bleibt. Also man kann direkt ausprobieren. Ich kann es nicht wegmachen. Also ist es richtig. Das ist natürlich in dem Sinne schon irgendwie so eine kleine Hilfe, ne? Wenn man es nicht mehr wegmachen kann. Also wenn sich das nicht schließt, das ist zwar Blödsinn. Dann ist es eigentlich schon falsch, ne? Ne, das schließt sich nicht, seht ihr? Also ist das falsch. Ah. Das hatten wir schon. Das schließt sich auch nicht. Also ist das auch falsch? Gucken, ob sich das hier schließt. Auch nicht. Okay, alles falsch. Gut, dann würde ich sagen, dann probieren wir mal den. Das stimmt wieder. Irgendwie ist es cool, ne? Es ist ja simpel, das muss ich gestehen. Also immer da tun wir rum gar nichts. Nur dieses Blau hier mit einem Raster, wenn ich es groß klein mache. Ja, also es ist wirklich mega simpel. Aber es hat was. Also ganz ehrlich. Das ist falsch. Also man kann direkt praktisch hier so mit Error und Try so ein bisschen. Also wie gesagt, wenn sich kein Dreieck bildet, einfach direkt wieder löschen das ganze Ding. So, das hier muss ja irgendwie ein Dreieck geben. Das passt. Ich weiß aber nicht, was es werden soll, ne? Bis jetzt kann ich noch nichts erkennen. Okay. Dann probieren wir mal das. Das macht Sinn. Und das macht auch Sinn. Okay. Das ist falsch. Ist auch falsch. So, dann machen wir mal den und den. So, jetzt habe ich so ein, ja, wie so ein kleines Dach habe ich hier gebaut. Okay. 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 Wird das ein Fisch? Ja, das könnte ein Fisch werden, ne? Guck mal. Also, wenn man jetzt weiß, dass es ein Fisch wird, dann würde ich sagen, den nach da und den nach da. Seht ihr? Das hat einmal ein bisschen aufgeblinkt. Warum, weiß ich nicht. So, und dann könnte man natürlich hier das jetzt noch schließen. Ah, das hatten wir schon, ne? Okay. Dann machen wir das so. Nee, nee. Nee, auch nicht. Ich dachte, das müsste ich jetzt hier so, ne? Dass das hier auch so ein Dreieck gibt. Dem ist aber nicht so. Okay. Das ist auch falsch. Okay. Dann machen wir den. Und den. Okay. Der macht wieder Sinn. So, und der macht auch Sinn. So, der Punkt ist jetzt hier ganz weg. So, jetzt müssen wir das Ganze aber noch irgendwie verschließen. Also würde ich sagen, so. So. Und so. Und den nach da. Nee, das geht wieder nicht. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. So ganz. Aha, das ist jetzt von hinten. Ja, wir können das einmal drehen. Seht ihr? Okay, man kann das auch ganz klamm. Also es wird ein Fisch auf jeden Fall. So. Das ist falsch. Hat es einmal den zugemacht? Den zugemacht? Es bleibt ja nur noch der, ne? Genau. Ist das ein Fisch? Yeah. Okay, es kommt wieder diese, ja, was ist das? Das große Band. Der Fisch geht da rein. Und jetzt kommt das nächste Puzzle. Guck mal, mit einer Zehn. Und, boah, Leute, jetzt wird es aber richtig groß. Schaut euch das mal an. Das könnte ein Hund oder was werden. Nee, ist die Schnauze oder was? So, ich gucke mal einmal, ob ich ins Menü komme. Irgendwie. Okay. Ah, ich muss nur in die Menütaste drücken. Und dann kommen wir ins Mainmenü. Was das ist? Ach, ein Hint. Hint braucht man eigentlich nicht, würde ich sagen. Weil man kann ja wirklich immer mit dieser A-Taste dann direkt das wieder wegmachen. Wenn man also sieht, es wird kein Dreieck, was sich schließt, dann, aber wir gehen mal einmal ins Mainmenü. So. Genau. Da ist der Fisch. Und da ist, ähm, was war das? Eine Ente, ne? Oder eine ganz, keine Ahnung. Dann kommen jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vier, zwölf, ne, ne, ne. Wir sind im ganzen 20 Level. Okay, komm, wir machen den einen nochmal mit der Zehn und was da war, ne, und neun und dann gucken wir mal. Okay, den mache ich euch noch und dann schauen wir mal. So. Ich würde sagen, wir fangen erstmal jetzt wieder hier klassisch mit so einem Dreieck an, was auch richtig ist. Und dann gucken wir, ob das hier auch ein Dreieck gibt. Super. So. Dann könnte ich mir vorstellen, da da eine Eins ist, da ist eine Drei, da ist eine Zehn. Dann gucken wir, ob das hier was gibt. Das könnte ich mir schon vorstellen, so in der Nähe. Passt. Und den und, ne, das ist nix. Gut. Dann machen wir mal den und den. Das passt, okay. Aber es ist cool. Also es gefällt mir. Ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Schirm, was das hier sein könnte. So. Es ist wirklich wie so ein Puzzle, ne? Also man möchte jetzt erstmal unterwegs auch rausfinden, was wird es. Das ist ja auch noch nicht so klar. Passt. Und dann den, ne? Ne. Leute, der passt nicht. Guck mal. Aber so vielleicht. Ne. Ich habe jetzt gedacht, ne? Das habe ich jetzt gelernt. Ich dachte, jetzt wird das hier was. Aber dem ist nicht so. Okay. Dann gucken wir mal, ob das hier noch irgendwie ein Dreieck wird. Das wird ein Dreieck. Und dann haben wir da noch eine Eins. Da haben wir auch eine Eins. Okay. Ich weiß noch nicht, was das werden soll. Also ich habe noch keine Idee. Das hier vielleicht rüber? Ne. Hatten wir schon. So. Das. Das passt. Das können wir wieder wegmachen. Okay. Hatten wir schon. Ich weiß. So. So. Ne. Okay. Das wird auch nichts hier. Dann gucken wir mal, ob das hier irgendwas wird. Was Großes oder so. Ach ne. Das geht nicht mehr, ne? Ne. Ja. Ne. Das kann ja dann kein Dreieck mehr werden, oder? Das so. Und das. Habe ich mit. Ach ne. Das geht ja nicht. Ich habe ja nur den einen. Also es muss jetzt praktisch gleich ein Dreieck werden mit dem Ding hier. Ich mache den auch mal wieder weg. Ne. Schwer, ne? Also es ist wirklich. Es ist echt sehr schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich auch keine Ahnung habe, was es werden soll, wenn es fertig ist. So. Haben wir wieder einen. Das ist immer ganz cool, wenn man dann mal einen zwischendurch hat. Aha. Super. Damit man so ein bisschen weiterkommt. Ah, jetzt klappt es doch. Jetzt habe ich den Lauf. So. Und jetzt würde ich sagen, den hier rüber. Dann macht das Sinn. Das geht nicht. Also der geht nicht. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und der wird auch nichts. Okay. So. Den geschlossen. Das ist schon mal ein bisschen was. Was könnte das werden? Das könnten Füße sein. Und das hier oben so ein Kopf oder so. Aha. Okay. Dann machen wir hier unten mal weiter mit 8. 7, 6. Wir gucken, ob das hier was wird. Ne. So. Der ist richtig. Der nicht. Bum, bum, bum. Bum. So. Das ist ganz cool. Ne. Okay. So. Der hat noch eine 1. Also 1 können wir noch machen mit dem. Und der hat auch eine 7 hier. Also das müssen wir nachher noch irgendwie alles miteinander verbinden. Ich weiß auch noch nicht wie. Okay. So. Das passt. So. Der ist auch fertig. Der ist auch fertig. Da haben wir schon mal eine 0. Das ist schon mal ganz cool. Nehmen wir schon mal wieder so einen aus den Spielen hier. So. Da müsst ihr wirklich dran denken. Wenn ihr also praktisch schon Vierecke macht. Ihr könnt noch mal einen in der Mitte ziehen. Und schon wird das, ja werden das wieder Dreiecke. So. Jetzt muss das Ganze natürlich irgendwie da oben dran. Sonst macht das ja alles hier keinen Sinn. Was ich hier mache. Ach das ist eine 0. Das geht ja gar nicht. Okay. Dann machen wir das so. Da kriege ich aber auch keinen mehr dran. Das ist ja okay. Ne. Oder? Ne. Habe ich jetzt so gedacht. Dann wird das hier vielleicht was werden. Auch nicht. Okay. Also ihr seht schon. Das ist sehr tricky das Ding. Okay. Damit kann ich es verschließen. Okay. So. Wir nähern uns so langsam was hier. Was es werden könnte. Da mal eine 1. Und da mal auch eine 1. Das kann natürlich nichts. Weil ich muss ja diese 1 noch irgendwo unterkriegen. Und jetzt eventuell den so. Ne. Das geht nicht. Oder den. Auch nicht. Okay. Ich weiß ja nicht was es werden soll. Aber es ist noch sehr komisch. Das hatten wir schon. Oder? Ja. Gut. Dann das vielleicht. Aber das bringt mir ja auch nichts. Ne. Oder das hier rüber. Guck mal. Jawohl. Dann auch das hier rüber. Super. So. Ich weiß aber echt immer noch nicht was es werden soll. So. Jetzt haben wir groß was geschlossen. Und das dann hier. Ne. Okay. Den dann wieder weg. Oder den jetzt hier rüber. Ne. Schade. Ja. Dachte ich mir so. Dann machen wir den auf da. Dass wir das auf zu bekommen. Und den auf da. So. Und den. Okay. Jetzt macht es langsam Sinn. Jetzt haben wir dann eine 1. Jetzt haben wir dann 2. Ach. Den hatte ich schon. Ne. Ja. Weiß ich nicht. Viel habe ich ja nicht mehr. Äh. So. Jetzt haben wir den 1. Ach nee. Dann müssen wir den bestimmt. Genau. Und den nach da oben. So. Was ist das? Ist das ein Huhn oder was? Es hat was von Huhn, ne? Okay. Frage ist jetzt. Wie geht es weiter? So. Das macht Sinn. Genau. Und jetzt weiß ich. Den. Den. Dann haben wir einen Huhn. Wir können einmal reingehen ins Huhn. Guck guck. Ja. Ist das ein Huhn, ne? Oder Leute? Ist das wirklich ein Huhn? Zack. So. Ja. Ihr merkt schon. Also man kriegt es wirklich dann ziemlich schnell raus mit Error und Try, ne? Weil immer wenn die Linie nicht passt, kann man sie wieder weg machen. Macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wenn das nicht gehen würde, ja? Wie wollt ihr das lösen jetzt mal? Also das wäre ja wirklich, das wäre ja sehr schwer, ne? Ganz ehrlich. Vielleicht hätte man Punkte einbauen sollen. Also je weniger ich das nutze, diese Striche wieder wegzumachen, dass man dann, wie gesagt, mehr Punkte bekommt oder so, ne? Oder dass man das limitiert. Ich weiß nicht. Aber okay. Man macht natürlich Fehler. Die muss man natürlich wieder wegmachen können. Man hätte oder man es so machen müssen, dass man auch, ja, richtige Sachen wegmachen kann. Ich weiß es nicht. Okay, Leute. Ich gehe nochmal ins Menü. Mal mehr möchte ich euch echt nicht spoilern. Mehr Menü. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr simpel gemacht. Aber es ist mal ein anderes Spielprinzip. Und mir macht es echt Laune. Ich finde es ganz cool. Also am geilsten ist wirklich immer rauszufinden, was kommt dabei raus? Das war jetzt das Huhn. Das war hier, wie gesagt, die Ente oder Gans und der Fisch. Und jetzt habt ihr, zählen wir nochmal, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Also es sind wirklich 20 Rätsel. Finde ich eigentlich völlig okay. Man ist natürlich wahrscheinlich, ich sag mal so, in zwei, drei Stündchen ist man durch, ne? Aber ich finde es cool irgendwie. Es hat was, ja? Grafisch sehr schlicht, wie gesagt. Aber mehr braucht es eigentlich auch nicht. Das kann ich hier nicht alles aneinander ziehen. Das ist, wie es ist. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Gut. Ich sage natürlich gerne noch was dazu. Mehr rätsel ich nicht, weil ich will euch ja nicht zu viel spoilern, ne? Ähm, das solltet ihr selber rausfinden. Wenn ihr dann Spaß habt, dann kauft euch das. Und aber, wie gesagt, ich sage da nochmal was dazu. Bis gleich zum Fazit, Leute. Dieses Spiel zu bewerten, das fällt mir jetzt so ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil im Kern hat es mir Spaß gemacht. Es waren um die 20 Rätsel. Und das Spannendste an dieser App ist eigentlich, welches Gebilde entsteht, wenn ich alle Zahlen vernünftig miteinander kombiniert habe. Das Ganze ist mir meine Ecke zu einfach, muss ich gestehen, weil ich ja immer die falschen Linien direkt wieder löschen kann. Und wenn ein Dreieck sich, ähm, ja, bildet, dann wird es fixiert und dann weiß man direkt, das ist richtig, ich kann weitermachen. Sicherlich muss man hier und da ein bisschen knobeln, um die Dreiecke zusammen zu bekommen. Aber wie gesagt, im Kern kann man das Ganze mit Error und Try eigentlich ziemlich flüssig durchspielen. Ja, der Preis macht mir da so ein bisschen Bauchschmerzen von 15 Euro. Also, ähm, das ist für mich so ein, ja, 9,99 Euro Titel aus dem App Lab Store. Dann wäre alles gut. Dann kann man ein bisschen Spaß damit haben. Und diese tristen Hintergründe, die haben mich auch so ein bisschen, ja, gestört. Es war so, ja, nicht deprimierend, aber es war so ein bisschen detailarm, so ein bisschen, ja, man fühlte sich da wirklich so ein bisschen alleine, muss ich jetzt mal so gestehen. Ähm, das machen andere Spiele auch eine Ecke besser. Nichtsdestotrotz hat mir das Spaß gemacht. Ist mal eine andere Art zu rätseln in VR. Ja, das Rätseln selber, das sah cool aus. Das hat gut funktioniert. Da kann ich echt nicht meckern. Nur, wie gesagt, vom Content her, von der Schwierigkeit her und so ein bisschen so, ja, vom Ambiente her, finde ich die 15 Euro ein bisschen zu teuer. Also bis 9,99 Euro wäre da alles gut gewesen. Und dann hätte ich auch gesagt, dann kauft euch das, wenn ihr so eine Art von Spiele mögt. Ich hoffe, ihr konntet mit meinem Video ein bisschen was anfangen. Würde mich natürlich jetzt noch über ein Däumchen freuen. Und ihr wisst schon, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, macht es gerne jetzt. Bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Dann ganz zum Schluss natürlich mal einen Discord-Server. Vergesst den bitte nicht. Tretet gerne bei. Über 250 VR-User warten dort auf euch. Ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks. Wir können uns einfach nur unterhalten. Ich bin auch noch da. Wir würden uns riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord zu sehen. Dann sage ich natürlich nochmal Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr das von mir gewohnt seid. Und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.